Ja, ja, mein Mutter sagte, keine Bohne, 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 Bohne. Und auch der Lehrer klagte, du hast Bohne, 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 Bohne. Und so geht's mir auch heute. Ich hab Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren. Und schreien alle Leute, der hat Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren. Ja, das kann ich gar nicht hören. Ich hab Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren. Um den Verstand hier zu bringen, mit dem Bohne in die Ohren. Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren. gegen Bohne in die Ohren. Ja, am besten ist sie stopfen sich. Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren, Und ich kann es nicht mehr hören, von dem Bohne in die Ohren. Bohne in die Ohren, Ich kann, ich kenn viele Beamte, die haben Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren. Nur der beim Standesamte hatte Keine in die Ohren, Keine in die Ohren, Ja, ich könnt noch lange singen, von dem Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren, Bohne in die Ohren, Ja, ich könnt noch lange singen, von dem Bohne in die Ohren. Oh, 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 oh. Weißt du, dass wir ein bisschen tränen? So, dann sieht man noch besser. Oh, Mensch, Stimme, oh. 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 Oh, Mensch, oh. Oh, Mensch, Stimme, oh. Oh, Mensch, Stimme, oh. Oh, Mensch, Stimme, oh. Oh, Mensch, Stimme, oh.